Und Petra Steger von den Freiheitlichen ist als nächste Rednerin zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf der Regierungsbank, sehr geehrte Abgeordnete, hohes Haus. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht ganz genau, bei wem ich jetzt anfangen soll. Greiner, Krisper, Pilz und noch weitere andere. Es ist für mich unfassbar, mit wie viel Unwahrheiten und Behauptungen Sie hier agieren in diesem Haus. Sie haben überhaupt kein Interesse an irgendeiner Form der Aufklärung. Das haben Sie hier klar und deutlich nicht nur heute gezeigt. Das haben Sie in der Vergangenheit gezeigt, das haben Sie im Ausschuss gezeigt. Das zeigen Sie mit dem Misstrauensantrag. Sie haben kein Interesse an Aufklärung. Das, was ich mich dabei frage, ist, wozu machen wir dann diesen Untersuchungsausschuss? Wozu? Sie wissen das Ergebnis anscheinend sowieso schon im Vorhinein. Das oppositionelle Triumviratgericht hat sein Urteil bereits gesprochen, ohne Anhörung der Zeugen, ohne wirkliches Lesen der Akten, ohne Einhaltungen von Prozessual- und Menschenrechten. Das ist Ihnen alles wurscht. Ihnen geht es genau um eine einzige Sache. Ihnen geht es darum, einen Minister, der Ihnen politisch nicht passt, aus dem Weg zu räumen und um nichts anderes, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Kollege Pilz, haben Sie eigentlich Ihre eigene Rücktrittspressekonferenz noch im Gedächtnis, als Ihnen über 40 Fälle von sexueller Belästigung vorgeworfen wurden? Da sind Sie ganz aufgelöst da gesessen und haben gesagt, wie unfair Sie behandelt werden und haben diese mediale und politische Vorverurteilung kritisiert. Und ich bin damals vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, na Gott sei Dank, er hat es verstanden. Er hat verstanden, was solche medialen Hetzkampagnen auslösen können. Aber nein, falsch gedacht. Sie fliehen in die Immunität, sind zurück im Parlament und ziehen Ihre politische Show ab, wie in der Vergangenheit auch. Nichts haben Sie gelernt aus Ihrer eigenen Geschichte, Herr Kollege Pilz. Eins möchte ich Ihnen auch einmal sagen, und das wurde hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Ihr Umgang mit sensiblen Akten ist mehr als skandalös. Und da frage ich mich schon wirklich lange, und das geht es vielen hier in diesem Haus, wie kommen Sie immer an diese geheimen Akten? Wie kann es sein, dass ausgerechnet Sie immer alle geheimen Akten haben? Und die beste Ironie der Geschichte ist, Sie stellen sich jetzt heute hier hin, mit einem Schreiben, das an und für sich geheim war, wo Sie extra darauf hingewiesen wurde, dass es geheim war, und sagen, die Öffentlichkeit ist eh schon hergestellt, weil Sie es vor der Öffentlichkeit zugespielt haben. Dann stellen Sie sich dahin und argumentieren, dass das Schreiben sagt, ja, Österreich steht vor einem Ausschluss aus dem Berner Club, weil, und das gehen Sie zumindest zu, dass es nicht die Hausdurchsuchung schuld war. Nein, Sie sagen, weil es Informationen, geheime Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Das sagt ausgerechnet die Person, die jede geheime Information an die Öffentlichkeit spielt. Ich meine, das hat schon eine gewisse Ironie. Das ist absolut absurd, Herr Kollege Piets. Wenn ich die ganze Geschichte einmal so betrachte, hat dieser Ausschluss im Berner Club vielleicht ganz andere Gründe. Vielleicht gehören die einmal untersucht. Vielleicht sollte man wirklich einmal genauer untersuchen, wie Sie immer an Ihre geheimen Akten kommen, und ob das vielleicht wirklich deswegen und nicht aus anderen Gründen, die Sie da in Ihrer Geschichteldruckerei behaupten, fußen. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist nicht die einzige Behauptung, die Sie hier unwahrheitsgemäß aufstellen. Sie sagen, die EGS mit, wie zum Beispiel der Kollege Leichtfried, die EGS ist da eingefallen mit, es war ein Überfall mit Sturmmasken, schwer bewaffnet, Sie sind mit Gewalt und Drohung vorgegangen. Nein. Falsch. Die Zeugen haben eindeutig bestätigt, dass es eine ganz normale Hausdurchsuchung war, wie jede andere. Und es ist keine Drohung, wenn ein Beamter sagt, lassen Sie die Finger vom Telefon, sonst müssen wir Gewalt anwenden, dann ist es einfach eine Aufklärung der rechtlichen Konsequenzen, wenn man sich gegen die Staatsgewalt widersetzt. Das ist eine Aufklärung und hat nichts mit Drohung oder Nötigung zu tun. Jeder einzelne Zeuge hat Ihnen das bestätigt. Auf die falsche Behauptung, dass die Hausdurchsuchung als rechtswidrig war und dass Sie gerne auslassen, dass da etwas tatsächlich rausgekommen ist, dass es auch wirklich ein Tatsachensubstrat gibt, dass mehr Informationen, dass sich der Tatverdacht erhärtet hat gegen die Beschuldigten durch die Hausdurchsuchung, das lassen Sie alles gerne aus. Aber vor allem, weil Sie wissen, dass Sie Unrecht haben, weil Sie wissen, dass da alles korrekt abgelaufen ist, versuchen Sie jetzt in irgendeiner Art und Weise das Innenministerium als die zuständige Stelle darzustellen. Auch das ist einfach falsch. Sie tun so, als ob der Innenminister einfach mit dem Finger schnippen kann und die EGS stürmt von sich aus ins BVT und tut dort mit gewaltiger Hausdurchsuchung durchführen. Das ist alles so realitätsfremd, sehr geehrte Damen und Herren. Weil Sie das wissen, behaupten Sie jetzt, der Innenminister hat Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt. Bitte erklären Sie mir mal, wie das überhaupt möglich sein soll. Erklären Sie mir mal, wie man Druck auf ein Team, das ist nicht eine einzelne arme neue Staatsanwältin, sondern Druck auf fünf Personen ausüben kann, die da drinnen arbeiten, die alle nicht erst seit gestern Staatsanwälte sind, die alle absolute Profis sind, die seit Jahren in diesem Bereich arbeiten, der auf Amts- und Korruptionsdelikte spezialisiert ist, die auch speziell darauf trainiert sind, mit Drucksituationen umzugehen, auch von politischer Seite, die extra keine Berichtspflicht ans Justizministerium haben, um jegliche politische Beeinflussung auszuschließen. Glauben Sie ernsthaft, dass es so leicht ist, diese Personen, Experten, unter Druck zu setzen, da muss ich Sie ernsthaft einmal fragen, wie realitätsfremd sind Sie eigentlich, sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition? Unser Innenminister hat es bereits gesagt, das, was Sie hier tun, sind Geschichte und Drucken, es ist eine skandalöse Täter-Opfer-Umkehr, die überhaupt kein Mensch hier versteht. Sie vermischen Kompetenzen, Sie haben anscheinend keine Ahnung von irgendeiner verfassungsrechtlichen Kompetenzaufteilung. Insgesamt zusammengefasst ist der einzige Schaden, der Österreich entsteht, durch Ihre Aussagen gegeben und nicht durch das vollkommen korrekte Verhalten unseres Innenministers, der sich nach Punkt und Beistrich an die Gesetze gehalten hat. Aber sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß es, die Bevölkerung weiß es, jeder, der nachdenkt, weiß es, was dahinter steckt. Der einzige Grund, warum Sie diese Show hier veranstalten, ist, weil es hier einen Innenminister gibt, der ideologisch nicht in Ihr Weltbild passt. Weil es einen Innenminister gibt, der Asyl und Zuwanderung voneinander trennt. Weil es einen Innenminister gibt, der endlich für Recht und Ordnung in diesem Land sorgt. Ein Innenminister, und das stört die Roten ganz besonders, der mit seinem Handeln aufzeigt, was Sie alles in den vergangenen Jahren eben verabsäumt haben. Er zeigt, wie ein Spiegelbild, Ihre Versäumnisse der vergangenen Jahren auf. Und das stört Sie. Und das ist der Grund, warum Sie hier diese Show hier veranstalten. Und dafür gibt es keine andere Erklärung. Man könne keinen Druck auf ein Team von Staatsanwälten ausüben, betont Petra Steger von der FPÖ. Das Verhalten des Innenministers sei vollkommen korrekt gewesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren.